Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss. Dieses Mal geht es um ein Thema, was uns alle angeht, beziehungsweise worüber wir uns alle schon geärgert haben, davon genervt sind. Es geht um Spam, Spam, Spam oder der tägliche digitale Müll und dumme Spam-Maschen. Ja, wenn man Veranstaltungen organisiert oder eine Webseite hat, wo eine E-Mail-Adresse draufsteht, kriegt man täglich eine ganze Menge Unsinn rein. Und bei den Kilo Open Source und Linux Tagen, da bekommen wir auch alle möglichen Anfragen. Und um euch so ein bisschen für einige Maschen zu sensibilisieren und ein bisschen mit euch zusammen Spaß zu haben, gibt es diese Folge. Gucken wir mal rein, was es so alles Schönes gibt. Schön. Der erste Kandidat ist der Boris. Also er nennt sich auch jedes Mal Boris in seinen Mails. Und die Informationen, die wahrscheinlich sowieso nicht echt sind, die habe ich einfach mal ersetzt durch andere Dinge. So datenschutzmäßig, auch wenn da wahrscheinlich überhaupt kein wirklicher Mensch hinter ist, sondern ein Bot. Wenn dort steht Mu und Bla, dann heißt es im Original natürlich nicht Mu und Bla, da steht irgendwas anderes, aber das habe ich jetzt ersetzt. Also der Boris, der schreibt sehr häufig. Der schreibt üblicherweise solche Nachrichten wie, woher bekomme ich X-Evil für die Erkennung von Captures? Also wirklich der Standard-Spam-Müll, den man so kriegt und das auch in einer hohen Frequenz. Ungefähr einen Monat lang kam immer so ein Quatsch, ohne dass da jetzt großartig was am Satz geändert wurde. Ich glaube, das war auch immer exakt dieselbe Nachricht. Der Teil, der sich bei ihm geändert hat, war der Name. Also der Anfang war immer gleich, Boris irgendwie was. Und dann kam so ein zufällig generierter Anteil. Also Low zum Beispiel, das war einer von den Originalteilen und das waren immer solche Buchstabenkombinationen. Wahrscheinlich meinte dieser super schlaue Spam-Bot, das müsste man ein bisschen modifizieren. Naja, ungefähr zwei Monate lang ging das Ganze so. Also der hat sich schon so einen gewissen Ruf bei uns damit erarbeitet. Interessant dabei ist vielleicht auch noch, wo das Ganze herkam. Es kam von Yandex.com. Das ist so das Yahoo aus Russland, beziehungsweise das ist ein russisch-niederländisches Unternehmen, was den Sitz in Amsterdam hat, aber die operative Zentrale in Moskau. Und ist besonders beliebt so im russischen und osteuropäischen Raum. Also bei uns hier wohl eher nicht so. Das ist schon so ein bisschen verdächtig dabei. Ja und die bieten eben nicht nur Mail-Dienste, sondern haben so eine Palette wie Websuche ist dabei und verschiedene andere Sachen auch. Wenn euch das interessiert, guckt gerne beim Wikipedia-Artikel zu Yandex. Dann wisst ihr noch ein bisschen mehr. Dann kam da Boris nochmal komplett anders um die Ecke. Eine komplette Umstellung von dem Konzept. Allerdings das meiste war wieder sehr verdächtig. Also wiederum die E-Mail-Adresse Boris.irgendwas. Die ist auch immer konstant geblieben bei allen Spam-Versuchen oder bei allen Spams, die angetroffen sind. Und der Name, das war wieder genauso aufgebaut wie das Schema, was er immer verwendet hat. Aber die Nachricht war jetzt auf einmal eine vollkommen andere. Ich bin an Sponsoring für die kommenden Kilo Open Source und Linux Tage interessiert. Also der komplette Name von unserer Veranstaltung. Wir haben auch so Kurzformen, so wie KiloX mit IE oder bloß mit IE oder Kilo Linux Tage und sowas. Also da hat vielleicht jemand drauf geguckt oder vielleicht hat eine KI bei uns die Seite gescannt. Dann könnte mir bitte jemand die verschiedenen Möglichkeiten und Vorteile, die mit dem Sponsoring verbunden sind, darlegen. Wie kann meine Firma oder Organisation dazu beitragen, diese Veranstaltung zu unterstützen? Also das liest sich alles schon ganz gut. Für mich sieht das so ein bisschen so danach aus, dass da so ein KI-Garaffel drüber gelaufen ist über unsere Webseite, wichtige Informationen rausgepuzzelt hat und daraus einen neuen Text gebaut hat. Das passt eigentlich schon alles ganz gut. Ein bisschen komisch ist dabei. Er fragt ja, wie kann meine Firma oder Organisation dazu beitragen, die Veranstaltung zu unterstützen? Er sollte eigentlich wissen, ob er jetzt eine Firma ist oder eine Organisation. Also Firma oder Organisation, das steht bei uns so auf der Webseite drauf. Aber wenn ich jetzt zu einer Firma gehöre, würde ich ja fragen, wie kann ich mit meiner Firma XY dazu beitragen, die Veranstaltung zu unterstützen? Und die anderen Teile, die sehen auch irgendwie so danach aus, dass jemand die Seite gelesen hat und exakt die Fragen stellt, die durch die Seite sowieso schon beantwortet werden. Denn bei uns auf der Webseite steht nämlich genau drauf, was es für Sponsoring-Pakete gibt. Also wir haben verschiedene vorgefertigte Pakete, sowas wie den Community-Sponsor, den Frühstückssponsor. Und dann haben wir Bronze, Silber und Gold mit verschiedenen Preiskategorien natürlich. Und man bekommt dann natürlich auch andere Gegenleistungen dafür. Also bei einem höherpreisigen Paket bekommt man das eigene Logo auf die Plakate drauf, bei einem niedrigpreisigeren natürlich nicht und so weiter. Also das steht genau auf der Webseite drauf. Von daher alle Fragen, die er dort stellt, lassen sich über die Webseite komplett beantworten. Also einerseits ist es zu konkret, weil er genau die Worte verwendet, die auf der Webseite draufstehen. Wenn man jetzt keine Ahnung hätte, würde man sagen, hallo, ich bin von der Firma XY. Ich möchte gerne bei euch Sponsoring machen. Was gibt es denn so? Aber es ist dafür zu konkret. Es sieht danach aus, als ob das jemand schon gelesen hat, beziehungsweise so ein KI-Netz drüber geguckt hat und das zusammengebaut hat. Also das sieht so ein bisschen komisch aus, aber ist vielleicht nicht so hundertprozentig auffällig. Was die Sache allerdings sehr auffällig macht. Sagen wir mal, wir haben diesen ganzen X-Evil-Capture-Kram irgendwie vergessen, haben das nicht mit dem Boris verknüpft, sondern da ist jemand, der wirklich Interesse hat. Aber jetzt ungefähr eine halbe Stunde nach der vorigen Nachricht kam jetzt diese hier. Da kommt jetzt, ich bin Inhaber einer kleinen IT-Firma und habe Interesse daran, die Kilo Open Source und Linux Tage finanziell zu unterstützen. Das ist eigentlich das, was ich meinte, was beim ersten Mal ganz praktisch gewesen wäre. Ich gehe da hin, ich habe keine Ahnung, konnte mir dann mal sagen, was es gibt. Wo kann ich detaillierte Informationen zu den Sponsoring-Möglichkeiten und Bedingungen finden? Gibt es verschiedene Stufen oder Pakete, die ich als Sponsor buchen kann? Diese komplette Nachricht, wenn die Vorgeschichte nicht da gewesen wäre, hätte ich jetzt gedacht, okay, das klingt eigentlich alles schlüssig, ist auch schon wieder so ein bisschen konkret, weil da nach Stufen oder Paketen gefragt wird, was wir auch anbieten. Aber sowas ähnliches machen andere auch. Also von daher würde ich sagen, das als erste Nachricht wäre vollkommen okay gewesen. Aber mit der Vorgeschichte und mit dieser kleinen Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Nachrichten und dass es immer von Yandex kam und immer Boris irgendwas war, ist das einfach zu auffällig. Ja, also sowas begegnet uns quasi tagtäglich. Das landet immer in unserem Spam-Filter. Da wir ja schon bei dem Kontext mit den Kilo Open Source und Linux Tagen sind, mache ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung dafür. Das Ganze findet dieses Jahr sogar schon zum 22. Mal statt. Am 19., 20. und 21. September ist das Ganze. Und ihr habt jetzt noch bis zum 31. Juli Zeit, dabei mitzumachen. Also ihr könnt jetzt eure Vortragsangebote, eure Workshop-Angebote und eure Standangebote bei uns melden, sodass ihr denn zu uns kommen könnt und was macht. Oder da das Ganze ja auch eine Hybrid-Veranstaltung ist, gibt es auch zum Teil Vorträge, die bloß online stattfinden. Also ihr müsst nicht unbedingt vor Ort sein, aber schöner ist es ja irgendwie, dass man sich wieder vor Ort trifft. Rund um die Ausstellung, die Vorträge und die Workshops, die nur vor Ort stattfinden, beziehungsweise die Hybrid-Vorträge, die auch übertragen werden, gibt es rundherum natürlich einige Dinge, die sich nicht durch so eine Internetleitung schubsen lassen. Zum Beispiel gemeinsames Grillen, Frühstücken, die Verlosung und natürlich die ganz netten Gespräche, die man wirklich vor Ort führen kann und die doch irgendwie eine andere Qualität haben, als wenn man das im virtuellen Raum macht. Also vorbeikommen lohnt sich irgendwie schon. Wo wir schon beim Thema Sponsoring waren durch den Boris, der super Aufhänger übrigens, es gibt natürlich auch Sponsoring-Pakete, die schon mal vorab geschnürt sind, in verschiedenen Preiskategorien und da gibt es verschiedene Leistungen natürlich für. Und die könnt ihr bei uns buchen, um uns zu unterstützen, denn es gibt Dinge, die einfach Geld kosten und das ist gut, wenn das alles gut gedeckt ist. Dann können wir mehr machen, wenn wir mehr reinkriegen und weniger, wenn weniger reinkommt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, um uns vor Ort tatkräftig zu unterstützen, zum Beispiel beim Aufnehmen und Streamen für das OBS-Technik-Team brauchen wir natürlich auch wieder ein paar Leute, die das Ganze begleiten und es gibt sehr viele kleine Tätigkeiten, wo man doch mal die eine oder andere Hälfte der Hand gebrauchen kann. Also wenn ihr irgendwie uns unterstützen könnt, dann muss es nicht unbedingt durch Geld sein. Nehmen wir natürlich auch gerne, aber tatkräftige Unterstützung ist auch was Feines. Dann nochmal zu den Terminen, 31. Juli, Anmeldeschluss für die Vorträge, Workshops und Ausstellungsstände und dann haben wir am 19. September einen Nachmittag, wo es eher um Einsteiger- und Umsteigervorträge geht an unserem Linux Presentation Day, dem LPD und dann haben wir noch zwei Tage mit vollem Programm, mit allen möglichen Vorträgen, Workshops und der Ausstellung. Beim LPD, da gibt es noch keine Ausstellung, da sind wir auch noch in der Aufbauphase. Das ist unser hybrider Aufbau- und LPD-Tag. Die meisten bauen dann ihre Stände auf und da wird noch eine Menge vorbereitet und nebenbei läuft schon der Linux Presentation Day. Wenn ihr schon am 19. vorbeikommt, seid nicht enttäuscht, dass es noch keine Stände gibt, denn das ist noch nicht soweit. Gibt es erst am 20. und 21. September. Informationen rund um die ganze Veranstaltung, inklusive Anmeldung für die Stände und so weiter, gibt es unter keelux.de. Als Besucher müsst ihr euch nicht anmelden. Es gibt keine Einsrittskarten, es kostet kein Geld, kommt einfach vorbei. Aber wenn ihr an einigen Dingen mitmachen wollt, dann müsst ihr euch bei den Workshops anmelden. Und natürlich, wenn ihr irgendwie Vorträge anbietet, Workshops anbietet oder einen Ausstellungsstand machen möchtet, dann müsst ihr euch natürlich melden. Aber als reiner Besucher, der bloß vorbeikommt, um sich einen Vortrag anzuhören, gibt es keine Anmeldung. Also kommt gerne vorbei, macht mit und so weiter. Neben dem Boss gibt es allerdings noch weitere, die uns immer wieder schreiben, beziehungsweise irgendwelche Bots schreiben lassen. Zum Beispiel Mike, der SEO-Spezialist. Er möchte natürlich gegen Geld dafür sorgen, dass unsere Webseite besonders viel Business macht und dass wir auch gerankt werden in den Suchmaschinen und so weiter und so fort. Also dem guten Mike, der hat sich nicht die Mühe gemacht, mal auf die Seite zu gucken, dass es bei uns nicht um Business geht, dass wir eine ehrenamtlich organisierte Veranstaltung sind. Ja, also der hat nicht mal drauf geguckt, beziehungsweise sein Bot hat nicht drauf geschaut und das zusammengefasst. Der gute Mann kommt von Gmail auch so, also das ist Google Mail. Das ist auch mehr oder weniger so ein Spam-Haufen, da kommt wenig Gutes drüber rein. Ja, also der probiert es auch immer wieder und seit, ich würde jetzt sagen schon seit zwei Jahren. Also der Mike ist extrem hartnäckig. Aber das ist wirklich jedes Mal derselbe Schnarchkram und ja gut. Also das kann man auch sehr schnell rausfiltern. Also wir haben Filter dafür, die das sofort wegsortieren. Aber Mail schmeiße ich üblicherweise nicht sofort weg. Also die werden einsortiert als Spam, aber ich gucke nochmal grob rüber. Und wenn ich da sehe, dass es ein englischer Text ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sowieso Spam ist. Und wenn da steht, this is Mike, keine Ahnung, weggepixelt, weggemut hier an der Stelle. Also die Dinger, die hier anfangen, this is und dann kommt ein Name. Das ist hundertprozentig Spam. Also ich hatte noch keine Mail, egal jetzt, ob das bei den Kilo Open Source oder Linux Tagen ist, dass da was drüber reinkommt. Wir haben ein paar wenige, die nur Englisch sprechen, aber die fangen die Mail so nicht an. Also das sieht schon anders aus. Oder auch bei meinem M23-Projekt oder was ich über meine gushabermann.de-Seite reinbekomme. So schreibt eigentlich niemand, der ein seriöses Anliegen hat. Und allein die Länge und dieses Bluffhasel, also gut, da schlafe ich ein, wenn mein Spam-Filter das nicht sowieso schon weggefiltert hätte. Bis jetzt hatten wir eigentlich eher diese humorvollen, nervigen Dinge. Also irgendwie ist es ja auch witzig, mit welchen plumpen Methoden da versucht wird, irgendwas zu machen. Teilweise sind die ja auch so ein bisschen ausgefeilter, aber ja, das ist halt billiger Spam gekauft vielleicht durch so ein Botnetz, was KI-Funktionen hat. Ein bisschen gefährlicher oder ein bisschen mehr reingesteckt wird durch andere Versuche, die kommen auch sehr, sehr häufig bei mir rein. Also allein die Menge ist immer so ein Anzeichen, dass das nicht stimmt. Also so ein, zwei Sachen würde ich sagen, die können mal durchlaufen. Wenn man nicht genau hinguckt, würde man sagen, aha, okay, das könnte schon sein. Aber wenn man jetzt dauernd irgendwelche Rechnungen von allen möglichen bekommt, die man überhaupt nicht kennt, dass in einer Häufigkeit, in einer Penetranz, die eigentlich total sonderbar ist, das hat mit der Realität nichts zu tun. Oder wenn Banken mir schreiben, die ich noch nicht mal kenne oder, ja, das ist irgendwie komisch. Also ich sollte wissen, bei welcher Bank ich Kunde bin und dann bekomme ich irgendwelchen Quatsch da von einem möglichen anderen. Also das, das passt schon irgendwie nicht. Ich habe jetzt einfach mal so ein Ding hier rausgenommen. Ich habe da eine Menge verpixelt, weil es so aussieht, als ob da jemand eine Original-Mail genommen hat und die kopiert hat, ein bisschen angepasst hat und sonst irgendwas. Dabei ist der gefährliche Teil der Anhang. Also hier unten haben wir Verkaufsrechnung, da haben wir so eine Nummer, Punkt Zip. Oben in der Mail ist allerdings eine PDF-Datei angekündigt. Und komisch ist dabei, dass diese Zip-Datei, wo angeblich ein PDF drin ist, 654 Bytes groß ist. Ich glaube, man kann kein sinnvolles PDF erzeugen, was als Zip komprimiert nur 654 Bytes groß ist. Ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, was da drin ist in dieser Zip-Datei, aber allein von der Größe her dürfte es irgendwie so ein Skript sein, was unter Windows irgendwie ein Trojaner nachlädt. Was mich allerdings auch noch stutzig gemacht hat, ist, wir haben oben bei von eine E-Mail-Adresse drin, die endet auf com. Dann haben wir unten in dem blauen Textanteil, Buchhaltung, Ad, weggepixelt und .de. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, wobei es auch Firmen gibt, die komplett alles outsourcen. Die machen nichts mehr selbst, die kaufen auf dem Markt irgendwas billig zusammen. Die kaufen irgendwelche Mailing-Lösungen ein und alles wird da mit allem irgendwie verwoben. Und die können bloß hoffen, dass nicht irgendeiner von ihren Anbietern auf einmal die Grätsche macht oder sonst irgendwas. Also es ist nicht nur ein Datenschutzproblem an der Stelle, sondern wirklich so ein Abhängigkeitsproblem. Also das Ganze sieht ein bisschen komisch aus. Und wenn man jetzt noch direkt auf diesen Link, der zu einer E-Mail-Adresse weiterleiten soll, drauf geht, dann geht das nochmal komplett woanders hin. Also das ist gefährlich, was da passieren könnte, wenn man diese ZIP-Datei entpackt und dann den Anhang öffnet. Da wird irgendwie ein Skript für einen Trojaner drin sein. Also passt wirklich auf und wenn ihr da von Firmen irgendwas bekommt, irgendwelche Rechnungen oder von Banken oder was weiß ich irgendwie, da sind Anhänge dran, nicht öffnen, es sei denn, ihr kennt die wirklich. Und es ist vorab mit denen abgesprochen worden oder es ist klar, dass die eine Rechnung schicken. Also seid da sehr, sehr vorsichtig gerade bei Anhängen. Unter Linux ist die Gefahr vielleicht ein bisschen geringer, denn so viele Trojaners Skripte in dem Bereich gibt es nicht. Aber im Windows-Bereich ist das ein großes Ding. Also wirklich aufpassen, was euch dazu geschickt wird und nicht einfach öffnen, ausführen. Gefährlich. Was kann man jetzt dagegen tun? Also skeptisch sein natürlich, sehr genau hinschauen, was da läuft, was da von wem angeblich kommt. Wirklich auch nochmal gucken, ob das wirklich derjenige ist und ob da Links irgendwo hinzeigen, wo sie nicht hingehören. Üblicherweise sieht man es auch an eingebetteten Links, dass die nicht zur Bank, zur Firma des Vertrauens gehen, sondern zu irgendwas Komischem. Man sollte sich das Leben auch ein bisschen einfacher machen, also Mails vorfiltern lassen, dass die schon automatisch kategorisiert werden als Spam. Aber ich würde die nicht löschen, denn in seltenen Fällen kann es auch sein, dass was als Spam kategorisiert wird, was aber trotzdem legitim ist. Insgesamt natürlich lieber zu viel als zu wenig prüfen, denn die paar Sekunden, die man vielleicht einspart beim Nicht-Überprüfen, im Gegensatz zu dem Schaden, den man hinterher hat, das ist gut investierte Zeit, wenn man es vorher macht. Man sollte natürlich Filter in Mail-Programmen nutzen. Zum Beispiel im Thunderbird gibt es einen eingebauten Spam-Filter. Und wenn ihr auf die Links hier drauf geht in den Folien, die Folien sind unten verlinkt, dann könnt ihr direkt zur Seite springen und habt dann den jeweiligen Artikel, der dahinter liegt. Diese Spam-Filter sind eigentlich ein alter Hut. Das gibt es schon sehr lange vor KI, bevor die KI-Revolution so eingeschlagen hat. Revolution gab es einfache Methoden, um Charakteristiken in Texten zu erkennen. Da gibt es diesen Bayer-Base-Filter, womit sowas ganz gut funktioniert. Und jedes Mal, wenn man so eine Spam-Mail im Thunderbird hier bekommt, markiert man die als Spam. Und so lernt dieser Filter, wie Spam-Mails üblicherweise aussehen. Dann wird das Ganze beim Abholen in einen speziellen Ordner reingeschoben. Da könnt ihr dann gucken, das wurde als Spam erkannt. Und wenn da was Falsches drin liegt, dann nehmt ihr dort die Spam-Markierung wieder raus. Und so könnt ihr diesem Filter im Laufe der Zeit immer genauer beibringen, was Spam ist und was nicht. Bei den E-Mail-Adressen, die so verwendet werden, da gibt es doch welche, die relativ häufig wiederum vorkommen. Also der Boris zum Beispiel, der hat jedes Mal dieselbe E-Mail-Adresse genommen. Und ich wollte einfach mal gucken, ist dieser Typ oder diese E-Mail-Adresse der Verein nicht bekannt, ob sie sowas häufiger macht. Dann habe ich mal geschaut, was es da so alles gibt. Also es gibt zum Beispiel CleanTalk.org, Blacklists oder Stop Forum Spam. Dort kann man E-Mail-Adressen eintragen. Und dann kann man gucken, ob jemand anders schon mal von denen Spam gekriegt hat. Und der Boris, ja, der war sehr bekannt dafür, dass er das häufig macht. Und da steht auch bei, was für eine Art von Masche er verwendet. Bei den Anhängen, die man zugeschickt bekommt, wo ihr wirklich meint, naja, das sieht sehr komisch aus. Das ist höchstwahrscheinlich nichts, was ich von der Firma kriegen sollte. Da kann man auch denn sowas wie Virus Total nehmen und da Anhänge mal hochladen. Das solltet ihr allerdings bloß machen, wenn ihr einen sehr starken Verdacht habt. Und am besten auch bei der Firma, von der das zu kommen scheint. Also wenn ihr mit denen irgendwie Kontakt habt und so, die schicken euch regelmäßig Rechnungen. Dann fragt mal danach, hat das alles seine Richtigkeit? Vielleicht haben die auch was Falsches gemacht, was Falsches angehängt. Sowas passiert ja oder, ja, irgendwie, das ist einfach ein Fehler, bei denen aufgetreten ist. Von daher, verdächtige Anhänge könnt ihr auch überprüfen, indem ihr sie hochladet. Dabei bekommt Virus Total allerdings natürlich Einsicht in den Anhang. Da sollten also keine schützenswerten Daten drin sein, also keine personenbezogenen Daten, keine Geschäftsgeheimnisse oder sonst irgendwas. Denn die haben das hinterher und was die wirklich damit machen, man weiß es nicht. Die versprechen natürlich wieder, es wird sofort hinterher gelöscht und so weiter und so fort. Aber man weiß es nicht. Einmal irgendwo falsch abgelegt, schon landet es irgendwo, wo andere potenziell Zugriff haben. Also wirklich bloß in einem sehr starken Verdachtsfall das machen. Das war's denn für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch vielleicht so ein bisschen wieder die Augen geöffnet, eure Sensibilität für das Problem und die Gefahren dabei ein bisschen erhöht. Dass ihr, ja, vielleicht nicht so häufig reinfallt, beziehungsweise überhaupt niemals. Ich gebe das Video natürlich auch gerne weiter an andere, die mit dem Thema vielleicht nicht so vertraut sind. Also diese Schulungen rund um das Thema E-Mail-Sicherheit, diese Grundlagen, die vielleicht für uns Techniker oder die IT-affinen Leute irgendwie total banal vorkommen. Die können für andere, die im Thema nicht drinstecken und die sowas wirklich als reines Arbeitsmittel nehmen, ohne die Hintergründe zu kennen, kann das sehr problematisch und gefährlich für eine ganze Firma, Organisation und so weiter und so fort sein. Also von daher, nehmt euch das Ganze bitte zu Herzen und tragt natürlich auch gerne bei den Kilo Open Source und Linux Tagen was ein, wenn ihr einen Vortrag, einen Workshop machen möchtet, einen Stand, wenn ihr uns sponsoren möchtet, wenn ihr mithelfen möchtet und natürlich kommt auch gerne vorbei. Ansonsten natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020